Auf der Suche nach neuen Horizonten darf ich vorstellen... Ich bin Mathis Nispel und wir sind die Lohmeier-Gruppe. ...wo eine loyale Arbeitsatmosphäre großgeschrieben wird. Bei der Lohmeier-Gruppe arbeite ich jetzt seit ein bisschen über einem Jahr. Das Klima- und Arbeitskollegen ist sehr entspannt. Du als Mensch mit deinen Fähigkeiten zählst. Uns ist es nicht wichtig, ob du fünf Jahre Erfahrung oder mehr hast. Uns ist es wichtig, dass du Bock hast auf das, was du tust. Dabei wird großer Wert darauf gelegt... ...dass wir halt möglichst wenig körperlich arbeiten, ...sondern viele mit den Maschinen erledigen können. Und eins noch. Wir brauchen gar keine Bewerbung. Wir brauchen einfach nur ein nettes Gespräch. Die Lohmeier-Gruppe. Du fühlst dich angesprochen? Dann gestalte die Welt mit uns.